Was ist das für ein Wesen, der Mensch? Ist er einfühlsam, fantasievoll, solidarisch, empathisch? Oder kriegerisch, asozial, egoistisch und destruktiv? Unser Bild der menschlichen Natur entspricht nicht der Realität. Und weil das der Fall ist, beeinflussen diese falschen Vorstellungen die Art, wie wir Kinder erziehen, Geschäfte machen und Staaten regieren. Und was geschieht? Wir werden so, wie wir es uns einbilden. Aber das hat nichts mit unserem eigentlichen Wesen zu tun. Jeremy Rifkin ist ein wandelnder Think Tank. Er berät Regierungen und CEOs und bleibt dennoch ein ewig Subversiver, der einen Bestseller nach dem anderen ausspuckt. Ein Gedankenblitz in Menschengestalt. Die drastische Veränderung der Arbeitswelt prophezeite er genauso wie die Abschaffung von Eigentum im digitalen Zeitalter. Und der Arroganz des Powerplayers USA setzte er den europäischen Traum einer leisen Supermacht entgegen. Und nun sein neuestes Buch. Ein wildes Plädoyer für eine empathische Zivilisation. Als spüre Jeremy Rifkin regelrecht, wie sehr es unserem Planeten an den Kragen geht. Die einzige Rettung vor dem Untergang? Ein komplett anderes Menschenbild. Ich möchte allen Eltern eine Frage stellen. Wie ist ein Baby, wenn es auf die Welt kommt? Ist dieses kleine Kind ein verdorbenes, böses Wesen? Rational, berechnet? Eine Seele, die materialistisch nur das eigene Interesse verfolgt und nichts anderes will, als sich selbst zu reproduzieren und seinen unstillbaren sexuellen Appetit zu befriedigen? Ist es das, was Babys wirklich sind? Wenn ja, wenn das die menschliche Natur ist, dann sind wir wahrscheinlich verloren. Diesem Entwurf einer zerstörerischen menschlichen Natur setzt Rifkin das Modell einer Zivilisation entgegen, die auf Empathie gründet. Und meint damit weit mehr als nur ein bisschen nett sein, Müll trennen und Höflichkeiten austauschen. Rifkin fordert das Ende des herkömmlichen Denkens und will die Wahrnehmung schärfen, für das, was Empathie wirklich bedeutet. Empathie leitet sich nicht aus Perfektion ab, sondern aus dem Unperfekten. Nicht aus Unsterblichkeit, sondern aus Sterblichkeit. Es ist das tiefe Gefühl von Solidarität mit dem Leben, mit dem Kampf eines Segen, um aufzublühen. Man zeigt mit Gefühl, weil man versteht, das Leben ist wertvoll und wir sind nicht allein. Es ist eine erstaunlich emotionale und intellektuelle Erfahrung. Und sie verändert sich, reift mit der Geschichte. Und so schreibt Rifkin erst einmal die Geschichte um. Er schildert sie nicht als unendliche Abfolge von Kriegen, Machtdemonstrationen und Katastrophen, sondern als Entwicklungsgeschichte des empathischen Bewusstseins. Denn hinter der Maske der dominierenden Ereignisse verbarg sich immer auch eine andere Geschichte, weniger laut und aufdringlich als das Getöse der Schlachten und der Krisen. Warum konzentrieren sich Historiker auf die krankhaften Momente? Weil sie Aktualität vorgeben. Und warum sind sie aktuell? Weil sie nicht alltäglich sind. Aufmerksamkeit erregen, Schrecken einjagen. Und dann sehen wir nur Tod, Zerstörung, Chaos, Genozid. Aber das sind die aussergewöhnlichen Momente. Und wir glauben, unsere Geschichte bestehe nur daraus. Wir sehen dann nur das Schlechte. In unserer Gegenwart sieht Jeremy Rifkin dennoch eine grosse Chance. Denn noch nie war Kommunikation so einfach. Mit jedem Menschen an jedem Ort der Erde können wir in Sekundenbruchteilen Informationen austauschen. Und mehr noch, mitdenken, mitfühlen, also Empathie entwickeln. Und gleichzeitig befinden wir uns an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Historisch gesehen treten die grossen Bewusstseinsveränderungen dann ein, wenn wir erstens den Umgang mit Energie auf unserem Planeten verändern. Und zweitens neue Kommunikationswege finden. Wenn also Energie und Kommunikation sich wandeln, dann verändern sich Lebenswelten. Mehr Menschen treffen aufeinander und sie verändern das Bewusstsein. Und das geschieht gegenwärtig. Öl und Kohle, die fossilen Brennstoffe, neigen sich dem Ende zu. Eine neue Energieweltordnung wird auf erneuerbare Energien setzen müssen. Auf gerechtere, dezentrale Verteilung. Und gleichzeitig spannt das Internet ein Kommunikationsnetz rund um den ganzen Globus. Der Beginn des empathischen Zeitalters? Vielleicht ja. Beispiel Haiti. Diese Bilder gingen um die Welt. Innerhalb weniger Stunden wusste man überall, was in Haiti geschehen war. Und weltweit versuchte man zu helfen. Zeigte Solidarität und Empathie. Das Gegenbeispiel. Die UN-Klimakonferenz in Kopenhagen. Allen waren die drastischen Folgen der Klimakatastrophe bewusst. Medial ist das Thema präsent wie kein anderes. Und dennoch scheiterte die Konferenz, weil Politiker in herkömmlichem Denken verfangen sind. Wenn ich mich mit Politikern oder Wirtschaftsführern treffe, gibt es zwei Gruppen. Diejenigen, die altmodisch, patriarchal und hierarchisch denken. Egal, ob es ihre Familie, Erziehung, die Regierung oder Ökonomie betrifft. Und eine jüngere Generation, die dezentralisiert auf Zusammenarbeit im sozialen Raum sitzt. Rifkin setzt auf eine jüngere Generation, die mehr in Netzwerken denkt, weniger machtpolitisch taktiert und bereit ist zum Umdenken. Zu einem neuen Bewusstsein für unseren Planeten. Es liegt an uns. Wir müssen den Ernst der Lage für unsere Spezies erkennen und eine empathische Zivilisation vorbereiten. Wenn wir das nicht tun, gibt es keine Garantie zu überleben. Jeremy Rifkins' Empathische Zivilisation. Ein Buch wie eine Beschwörungsformel.